So, dann machen wir uns mal Richtung Aussichtspunkt. Das war ja hier ein bisschen weiter südlich gewesen. Der Widerstand. Sie sind es, Boss. Margit Ness ist das. Guten Tag, ich bin Margit Ness, Anführerin des Widerstands von Sonday. Ich bin Professor Alexei Kokowicz, fleißiger Stand der Okkulten Wissenschaft. Ich präsentiere Ihnen meine rechte Hand, Akiro Kagazawa. Konnichiwa. Danke, dass Sie auf unsere Hilferufe geantwortet haben. Haben Sie eine Ahnung, was hier vorgeht? Im Moment wissen wir nur, dass ein paranormales Phänomen Sonday betrifft. Außerhalb der Stadt sieht alles normal aus. Dem Professor zufolge ist es ein Koitus Interruptus. Ich hätte nie an so etwas geglaubt, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Ich muss Ihnen einige Fragen stellen. Wie kommen wir zu dem Ort, wo das Ritualstand findet? Sie müssen zur Klippe, das ist auf der anderen Seite des Flusses. Der einzige Weg dorthin führt über die östliche Brücke. Wir haben eine alte Hängebrücke benutzt, aber die Deutschen haben sie nach dem Ritual zerstört. Notiert. Erzählen Sie uns von den Geiseln. Es waren zwei. Der alte Peter wurde die Klippe hinabgeworfen, nachdem die Hexe die Zusammenarbeit verweigert hat. Haben wir gehört? Armer Peter. Er war ein guter Mann. Dann haben sie damit gedroht, Schmidt runterzuwerfen. Aber er tat der Hexe leid und sie hat zugestimmt, von Darker zu helfen. Schmidt ist also das kleine grüne Männlein, was immer lacht. Erzählen Sie etwas über Schmidt. Schmidt ist der berühmste Fischer in Sonday. Haben Sie es so berühmt? Weil der Einzige ist, der weiß, wie man dreiholigen Lachs fängt. Diese Fische, abgesehen davon, dass sie köstlich sind, sind die wichtigste und einzige Attraktion von Sonday. Schmidt kam vor ein paar Monaten in die Stadt zurück, nachdem er auf geheimnisvolle Weise neun Jahre lang verschwunden war. Während seiner Abwesenheit sind die dreiholigen Lachse verschwunden und die Touristik zusammengebrochen. Wo finden wir ihn? Es wäre gut, mit ihm zu reden. Vielleicht kann er einen Hinweis geben. Er hat einen Essensstand im Marktbereich. Notiert. Oh, ist doch der auch der umherlief, oder? Ich muss Sie davon warnen, dass Schmidt, seit er zurück in die Stadt kam, ein bisschen sagen wir seltsam ist. Erzählen Sie uns von der Hexe. Die haben wir hier noch nie gesehen. Sonday ist eine kleine Stadt. Ich bin sicher, wir würden sie kennen. Wir müssen diese Frau finden. Wenn sie für den ganzen Ärger verantwortlich ist, wird sie auch wissen, wie man das wieder richtet. Notiert. Wer ist der Kleine? Das ist mein jüngerer Bruder. Tut mir leid, Marcel, ich habe vergessen, dich vorzustellen. Nicht nötig, Bas. Die Herren kennen mich bereits. Hm? Ich glaube nicht. Nein. Der errechte Pantomime. Ha! Warum ein Pantomime? Das war unsere Antwort auf die deutsche Invasion. Wir haben beschlossen, die Figur eines Helden zu erschaffen und die Moral der Stadt zu stärken. Seitdem kümmern Olaf und ich uns um geheimdienstliche Aufgaben. Aktivität würde ich schon sagen. Marcel ist unser Außenagent. Ohne ihn wären wir verloren. Warum sind so viele Leute in der Stadt? Sauerkraut hat bei der Invasion viele von uns getötet. Und als wäre es nicht genug, haben sie die meisten unserer Häuser niedergebrannt. Ein paar Monate später tauchte von Darka mit seiner verdammten Okkulte 55-Division auf. Die haben alle starken Männer der Stadt gefangen genommen. Wir haben sie nie wieder gesehen. Es gibt nur noch ein paar Frauen, Alte und Kinder in der Stadt. Sauerkraut hat meine Brauerei beschlagnahmt. An den verdammten Bastard Herbert übergeben. Jetzt schruppe ich die Böden für ihn. Wir haben mich für ein Kind gehalten. Ich hatte Glück, dass sie mich nicht mitgenommen haben. Wissen Sie, was von Darka und seiner Okkulte 55 planen? Wir wissen nur, dass sie eine seltsame Maschine haben, die sie Maschinen 5-7-1 nennen. Maschinen, das ist immer Merzler. Keine Ahnung. Es ist ein riesiger Turm, den sie auf der anderen Seite des Flusses gebaut haben. Hm. Wir müssen herausfinden, was von Darka plant und führt diese Höllenmaschine gut ist. Notiert. Was wissen Sie über das Eklipsfest? Das ist eine Party, die von der Okkulte 55 organisiert wird. Seit mehreren Jahren kommen wichtige Leute nach Sundae. Unter ihnen die wunderschöne Gerda von Utter. Was für eine Frau. Wir werden bald das Vergnügen haben, sie zu treffen. Deutsche. Ende der Versammlung, meine Herren. Ah, fast hätte ich es vergessen. Wir haben dieses heruntergefallene Objekt in der Nähe der Klippe gefunden. Es scheint sehr alt zu sein. Medaillon erhalten. Wir konnten es nicht öffnen. Bis später, meine Herren. Okay. Mittlerweile. Soll ich kennen von der Ratte, Soldat? Wir haben gegeben zweimal durchkämmt, Herr Leutnant. Keine Spur von diesen verdammten Pantomien. Genehmigen wir uns ein paar Biere. Ja, sehr. Okay. Die gehen weg. So, wir haben das Notizbuch jetzt aktualisiert. Können wir gleich mal angucken, was da ist. Das steht neuerdings. Ui, ist aber viel. So, achso. Und wir können uns mal das Amulett anschauen. Was wir da haben. Äh, Perlen bewegen. Können die Perle einfach... Ja, das ist einfach das Zeichen, was die haben. Das ist der dunkle Mond auf dem weißen Mond. Okay. Das ist jetzt nicht so schwierig gewesen. Schlüssel nehmen. Oh, eine Dame mit Kind. Das ist die Hexe? Das ist die Hexe, doch. Ich frage mich, was diese Schlüssel öffnet. Der Rüsternschlüssel. Untersuchen. Der Schlüssel, der in dem Medaillon war. Im Aussehen her würde ich sagen, der ist älter als meine Urgroßmutter. Ich staubere besser bestimmt. So. Uh, schaut mal weiter. Woher kommt dieses schwarze Etwas? Warum fliegt diese komische Scheibe, nachdem er sie einmal nach oben gefeuert hat? So, können wir jetzt die untere Brücke irgendwie... Ah, guckt an, sie ist offen. Und damit könnten wir jetzt hier unten auch mehrere Stellen neu besuchen. Den Bauernhof. Die Hütte. Die Hütte. So, da versuchen wir mal zum Beispiel den Wald etwas näher zu erkunden. Das ist der Eingang zu einem Wald. Na, Prost Mahlzeit. So, wie weit kommen wir hier rein? Minuten später. Wir verlaufen uns, wo wir gehen tot. Der Wald ist hier sehr dicht. Der Himmel ist kaum zu sehen. So, wieder so ein typisches Ding, wo du... Warum, was ist denn eigentlich an den Bäumen? Ist das ein Ast? Wir wechseln mal. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass man sich hier verläuft und erst, wenn man eine Karte hat, sich normal bewegen kann. Also dafür... ...meschen. Ist das symmetrisch? Ja. Gut, dann lasst uns doch zurückgehen. Denkt mal an Gabriel Knight Teil 2 damals. War sowas ja ähnlich gewesen. Minuten später. Sehr gut. Das heißt also, Wald ist erstmal nicht so... ...wie uns rentabel. Aber vielleicht hat ja auch hier nochmal der Prof... ...ne tolle Intention. Nö. Dann wird der Wald wahrscheinlich ein bisschen später auf uns noch warten. Gut. Umso besser. Da können wir uns mal die eine Hütte ansehen. Die vielleicht anders ist als die andere Hütte. Ist das nicht der Wagen von dem Typen, der uns... ...Olaf? Hieß der Olaf? Ich pumpe kein Wasser, nur damit es im Boden versickert. Ach stimmt, also... ...soll ich was unterstellen? Haben wir da was irgendwas zum unterstellen? Hier können wir auf jeden Fall Wasser organisieren, wenn wir wollten. Das ist eine Wasserpumpe. Na ja. Eiferpüpsch. Können wir das Fenster sehen? Ich liebe einfach diesen Grafikstil, der sieht so geil aus. Das ist eine Holztür. Sie ist mit einem Schlüssel verschlossen. Von innen oder von außen, das hast du mir jetzt nicht gesagt. Wir haben jetzt zwei Schlüssel. Okay, der Anschlüssel geht nicht. Okay, auch nicht. So, dann... ...ist doch das wieder perfekt für unseren liebsten Opa. Da können wir gleich mal gucken, wie irgendwo ein Geist ist. Naja. Dann gehen wir hier rein. Auch wieder, dann sehen wir einen Holzofen. So, der Kohlen ist gemüt... Gemütlich. Hier ist ein Rohr. Was ist da? Ist das im Boden? Was? Nein. Erstaunlich... ...voll mit nix, würde ich sagen. Gut. Schön, dass ein Holzhaus ist, wieder, wo der Ofen... ...ohne Aufsicht brennt, aber vielleicht ist das ganz normal so. Ach, hier sind das die verbrannten Häuser? Sehe ich hier unten gerade. Das muss ein Verbranntes sein, hier. Schaut mal an. Ei, ei, ei. Die Deutschen wieder. Schlimm, schlimm. So. So, da kann man reingehen. Wir hören einen schnarchen. Ein alter Mann. Das ist ein alter Mann, der wie ein Bär schnarcht. Er ist mit einem Buch im Arm eingeschlafen. Warum ihn wecken? Prechtstange, ist eine Prechtstange. Du hast eine Prechtstange eingesammelt. Ist eine Prechtstange. Der Philosoph Precht. Egal. So, wir gehen mal in die Sonder. Ist er jetzt schon so alt, dass der umkippt? Das ist ein alter Mann, der wie ein Bär schnarcht. Ja, aber ich will doch wissen, was das für ein Buch ist, wenn wir es will. Okay, wir könnten ihn also theoretisch aufwecken, wenn wir wollten. Aber die Frage ist, wollen wir das denn? Hier, das Buch ist bestimmt interessant, aber wir haben ja einen Hund. Ein Hund, der ganz entspannt da steht, während wir hier rangehen. Im Hühnerstall irgendwas? Ich habe kein Interesse, das anzufassen. Das ist der Hühnerstall. Er ist leer. Ich wollte schon immer so ein Haus, aber... Für deine Hände? Nein, nein, für mich. Ah. Ah, jetzt. Hundi! Ein Hund. Hallo, Welpen. Willst du mein Freund sein? Warte mal. Hallo, Welpen. Willst du mein Freund sein? Moment. Lauter Hund? Der wird nicht wach. Ich würde gerne von der Seite weitermachen, wenn das Haus läuft. Ne, okay. Wir haben noch keine... Ähm... Kein Grund, ihn aufzuwecken. So. Mal gucken. Hundi. Hühnerstall und sonst nichts. Na dann. Gut, das ist Hütte 2. Da merken wir uns, wir haben jemanden, den wir wegkennen könnten. Und ein Buch. Und dann haben wir hier einen Bauernhof. Stehen bleiben die Herren. Dieser Bereich ist nur für militärisches Personal. Die haben hier keinen Zutritt. Verzeihung, Herr Offizier. Okay. Das hat sich damit erledigt. Dann gibt es hier noch eine Hängebrücke. Ich habe keine Lust, in das eiskalte Wasser zu fallen. Da kommen wir nicht weiter aktuell. Das ist bei der Kirche was Neues. Der Herr ist groß. Die Kirche wird ihre Türen bald öffnen. Vater Olsen hat sich für ein Stündchen hingelegt. Aber warte mal. Ist das Pfarrer Olsen? Ist etwa der alte Herr bei den Hühnern? Ist das Pfarrer Olsen? Nachdem es bei den Olsen Brothers nicht mehr lief nach dem Eurovision Song Contest, ist er halt da hingegangen. Wartet mal, wir können jetzt in die Stadt gehen. Wir haben ja schon gehört, dass der kleine Typ... Aber warte mal, ist hier was Neues passiert? Hier sind so viele Wagen. Was? Sie sind Spaziergang, meine Herren. Wie kommen Sie darauf? Wir schauen uns die Stadt an, während wir darauf warten, dass Hauptmann Sauerkraut uns die Genehmigung ausstellt. Sie werden dieses Interessantes finden. Zum Glück haben wir bald... Ja? So bei den Transportunaten vielleicht irgendwas Schönes? Naja. Es ist krass, wie der Professor noch in seinem Rollstuhl gut und hinter uns herkommt. Ich bin echt begeistert. So, dann würde ich fast sagen, wir gehen nochmal in die Stadt rein. Wir wissen jetzt ein bisschen mehr. Okay, das ist immer ständig hier. Ja, sie haben so elegante Anzüge. Treffen wir den kleinen Gnom irgendwo? Wir können vielleicht was fragen. Nope. Okay. Was haben wir denn Neues? Wir haben den alten Schlüssel, wo wir nicht wissen, wozu da... Wir haben eine Brechstange. Das heißt, wir können irgendwas aufbrechen. Die Frage ist nur, sollte man das hier gleich machen? Oh. Ja, wir brechen einfach ein mit der Brechstange. Und sehen Kisten. Ja, den Kisten ist ein Buch. Du hast ein Buch zwischen den Kisten gefunden. Ja, manchmal muss ich den Seiten lesen, manchmal muss man zwischen den Kisten lieben. Und warum ist der Professor nicht die Treppe runtergerodelt? Ich Arschloch. Egal. Untersuchen. Buch. Der kleine Kommunist. Ein Klassiker der antifaschistischen Literatur. Uh, Moment. Antifaschistische Literatur? Klingt das nicht nach einer guten Sache? Können wir das nicht irgendjemanden unterjubeln? Okay, man sollte vielleicht nicht gerade dem Gegner das geben, aber können wir das irgendjemanden ins Bett legen? Also, wenn jetzt der abgelenkt werden soll, können wir das denn geben? Wir könnten das einfach dem Typen her. Okay, können wir das nazifizieren einfach mit dem Flammbuch 48. Und dann entsteht ein völlig neues Werk. Es, äh, achso. Es ist automatisch Bücherverbrenner und Neuersteller. Es wird... Was für eine teuflische Erfindung. Das nenne ich gut gemachtes Geld. Wir haben elf Münzen geregnet. Verrückt, alter Mann. Wir haben siebzehn Münzen aktuell. Okay, ich dachte, wir können damit irgendwas herstellen, aber wir haben damit sozusagen... Wir haben damit das Buch vernichtet und es ist einfach nur mit Geld umgewandelt. Wir haben aber das Brecheisen behalten, ja. Ich helfe, wie viel konnte er? Wie war es mit Basis? Wie viel waren das nochmal? 26, Mist. Okay. Also, nein. Ach Gott. Wir haben ja jetzt eine Brechstange oder Brecheisen. Was wäre denn, wenn wir doch einfach mal ein bisschen vor uns hin brechen würden? Oder können wir das Brecheisen auf den kotzenden Typen verwenden? Ein Doppelbrecher sozusagen? Ach, schade. Da hätte ich jetzt einen tollen Kommentar erwartet. So, warte mal. Wir haben siebzehn Münzen. Hier sind acht Münzen auf dem Tisch. Siebzehn und acht ist immer so machen. 25. Wir brauchen 26. Fehlt sogar noch eine. Wir kommen hier nicht ran, weil... ...der Herbert was dagegen hat. Können wir... ...den Plattenspiel kaputt machen? Ne. Wir haben ein Stück Pisse. Also, wir haben einen vollgekotzten deutschen Offizier. Wir haben Pisse. Aber wir wissen nicht, was wir tun können. Brühe, schwarze Katze, sie vor uns wegläuft. Ich wechsle jetzt nochmal auf unseren Prof. Ach, guck an. Da war ich noch gar nicht drin gewesen. Der gute Herr wartet doch hier gerade auf sein... Oh, seine hübsche, arische, blonde Dame im Bett. Seine mutige Göttin. Die gute Ruth. Die hier auf dem Bett ruhen tut. Eine Frau in knappen Kleidern. Oh, oh, oh. Das ist ein Schrank. Oh, das ist ja sehr schön. Ein Plattenspieler. Das ist ein Plattenspieler. Ich hab platt von dieser Erkenntnis. Hier haben wir ein Foto von mehreren Leuten. Hat da einer ein Hitlerbärtchen? Ich glaube nicht. Eine Schreibmaschine. Das ist eine deutsche Schreibmaschine. Gut zu wissen. Und das ist... Ach so, ach, damit kriegen wir eine Nummer raus. Wir müssen die 971 anrufen. Okay, also... Wir wissen zwar noch nicht, wie wir es genau hinkriegen, weil uns da fehlen noch ein paar Teile dazwischen. Aber das Ziel ist klar. Ihn anrufen. Und wir wissen sogar, wie die Nummer jetzt ist. Das ist ja... Phänomenal. Und da ist Hauptmann Sauerkraut. Wir brauchen eine unterschriebene Genehmigung von ihm, um den Sektor der Okkulte 55 zu betreten. Ich kann dich mit den Lebenden kommunizieren. Na, du kannst dich mit denen kommunizieren. Vielleicht kann man dich erschrecken. Okay, das hat uns auch schon mal weitergebracht. Also, hilf uns in unserer jetzigen Situation... In unserer jetzigen Situation zwar nicht viel, aber erleichtert uns, wenn wir weitergekommen sind zumindest was. Wo kamen wir denn noch nicht rein aktuell? Also, wir könnten noch antifaschistisches Zeug nehmen und damit sozusagen das in Münzen umwandeln. Was haben wir denn hier noch? Ist hier was? Das sieht doch alles total antifaschistisch aus. So eine Serviceklingel, das ist... Die klingelt ohne Haken und Band und ohne Kreuz. Das ist... ...Hetzofen. Haben wir was antifaschistisches? Hier waren die Blaube... Ach ja, die Blaubeeren. Wie war denn das hier gewesen? Äh, Balthasar... Echt lecker, offensichtlich. Wir müssen also hier irgendwie... ...reinkommen. Aber es geht dummerweise nicht, dass wir durch ein Fenster gehen. Ich meine, wir haben hier eine Schlüssel, das ist so ein bisschen doof. Also, das ist schön, aber durch die Futtertür, wir können doch durch irgendein Fenster gehen. Wenn wir die Leiche einfach zerstören, der Geist ist damit weg. Ich meine, wir könnten sie auch verbrennen, so supernatural-mäßig, aber... Ich glaube, da hat irgendjemand was dagegen. Oh, haben wir eigentlich ein Rad? Gutes Rad ist teuer, wie man so gut sagt. Schön sagt, aber ich weiß gerade nicht, wozu. Das sieht uns halt... Ah, Privateigentum einbrechen. Okay, da weiß ich noch gerade nicht, wie wir es machen. Wozu nehmen wir das Rad? Steht bei dem Rad vielleicht was? Wir haben ein Motorrad im perfekten Zustand. Aber wenn wir ein Motorrad hätten, könnten wir also, äh... es berädern. Ich gehe nochmal ganz kurz in den Keller. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas, was ich einfach gesehen habe. Außer Ratten. Und Blut an den Wänden. Was für ein schöner Keller. Was ist denn, wenn wir die Katze Richtung Keller lotsen könnten? Muss doch einen Grund geben, dass wir sie durch die Stadt jagen. Sie tut mir natürlich ein bisschen leid, gebe ich gar nicht zu. Aber das ist nicht eine Tatsache, oder dass das blöde Vieh für irgendwas gut sein muss. Warte, was ist die hier? Jetzt gehen wir hier rein. Die Ratten rennen vor uns weg. Wir machen so, dass rennt die Ratte hoch. Bedeutet, theoretisch müsste die Ratte doch jetzt... Was für eine beschissene Mietz, ey. Wir lotsen die dorthin. Sie könnte. Und was ist? Dein Katzenbaby. Wir haben doch nichts zu... Was nehmen wir denn mit dem alten Schlüssel, oder was machen wir damit denn auf? Oh, mittlerweile. Ach, der Schmitt. Ach, weil wir da drin geschaut haben, war das der Trigger, dass wir den Laden eröffnet haben. Den schmittischen Laden. Haben Sie das gehört, Professor? Es hat sich wie ein Wikingerhirn... Hirn? Horn angehört. Ja, da ist nämlich jetzt hier der Laden. Wir können zum Markt gehen, wo eine riesen Traube deutscher Soldaten steht. Ach, und der Besoffene. Es ist schön, Sie hier so sehen, meine Herren. Hallo, Josef. Wenn Sie irgendwo auf dem Boden eine Münze sehen, das ist meine... Meine... Sicher. Wir würden nie das Geld von jemand anderem nehmen. Ich muss diese verdammte Tasche nähen. Okay. Meine Herren. Ja. Warum schauen Sie auf den Boden? Da ist eine neunbeinige Ameise. Das würde mich nicht überraschen. Mit dieser verdammten Stadt kann alles passieren. Ich frage mich, ob diese neunbeinige Ameise so lecker ist wie die dreihotigen Lachse. Nehmen wir an, das sagt er bei allem hier. Wenn man dann die... Ah. Ich bin in Katzenscheiße getreten. Hahaha. Okay, das wird nicht funktionieren. Okay, aber Moment. Wenn jetzt hier die ganzen Soldaten sind, bedeutet das ja erstmal prinzipiell diese nicht mehr in der Stadt im Gasthaus. Was bedeutet denn bitte? Übrigens sind alle weg, oder? Selbst die Wachen. Ah. Okay. Okay, der Besoffene ist noch da. Wir müssen jetzt nur noch den vorne ablenken. Wir kameraden der Berge sind gegen alles gefeilt. Wir kameraden der Berge sind gegen alles gefeilt. Reden wir ganz kurz nicht, ob es irgendwas Neues gibt, weil so Darnis weg sind. Wo sind alle? Dreihotigen Lachs kaufen. Ich finde es wirklich schön, dass oben das Hakenkreuz nur angedeutet war. Vielleicht dürfen sie es nicht zeigen hier in dem Spiel. oder wollen sie es auch nicht zeigen, deswegen wird es halt nur irgendwie angedeutet. Sie haben ja halt das andere Symbol dafür. So, und als nächstes werden wir uns mal hier etwas näher die dreihotigen Lachse ansehen. sind sie nicht, Ich